Erstmal schön hier die ganzen Leute hier muten. Musst du mit denen reden? Wieso, wieso denn? Lass sie doch. Haha, okay, dann reden die halt in die Aufnahme rein. Wollen die dann in die Aufnahme rein drehen? Oh, oh mein Gott, die drei Worte. Kommt mir zuvor, als wäre das gerade das krasseste Mongo Team. Was? Also bisher haben sie nicht durch was geredet, hab ich ja gemerkt. Ich decke Main, oder ich decke Tür. Richtig, ich schau mit. Der eine liefert sich bei... Bei K vor das Battle, gell? Bei Spawn und Battle? Na, hat er auf die Fresse gekriegt. Ist noch was? Yo, der steht einfach hinter mir. Ja, ich schaue es halt klar, weisch? Nicht da, ich das... Weil, ja, den hast du gemacht, Wecker. Ich hab' nicht im Patch geschrieben. DC. Ja, ich werd' mich geflasht von dem. Oh! Ich hab' geflasht, der war... Ich hab' irgendetwas angeschossen. Ja, den wollt' ich haben. Wichser. Frau, du boost mich jetzt wieder, okay? 6 Punkte, oh. Du kannst mich jetzt boosten, oder? Oh, die haben zwei Bots. Ja. Und einen AFK. Dieses Up-Rank-Game wird es nicht. Hä, wie kann's sein, hast du jetzt schon zwei Bots? Ja, der eine von dem komischen Clan. Ich hab' mir meine Gegner nicht angeschossen. Ich hab' schon wieder die Bombe. Oh mein Gott, Lukas. Was schreibt er? Hallo YouTube. Sehr gut. Sehr fair. Ich glaub' ich gleich erst mal Ding stellen. Ne, warte. Oder offline. Ich muss mich mal kurz auf-Light stellen. LOL! Main 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 Main. Der macht mich. Fuck, Mann. Was war das? Alter, da kommt Chaos. Der ist ja schon zu lang. Junge, dann war der auf einmal Main. Wieso schaut keiner Main? Ja, weil ich mich kurz auf-Light stellen musste. Junge. Ich hab' mich zugespampt. Junge. Ähm, Paul... Wie bin ich erst aufgegangen, Junge? Du bist mich nochmal. LOL, du bist gar nicht Lila, du bist grün. Ja, ich weiß. Du musst mich erst mal dran gewöhnen. Ich bin immer Lila, weil... Ja, normal schon. Weil Lila das geilste ist. Ne, weil Lila einfach niemand will. Nein, weil Lila das geilste ist. Oh, die pushen hart, bitte? Nein. Nein. Gar niemand. Das war einer. Das war ein Bot und der andere war... Die pushen hart von hinten, oder? Sagst du? Gut, das ist eine Bombe da. Ja. Ich will, dass die mich halt da machen. Was machen die? Ist ja doch jetzt nicht so greedy. Voten, Voten! Ja. Mitte. Main. Main 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 Main. Die ist gar niemand. Was? Sie sind die? Ja. Main Main ist einer. Hinter dir. Anscheinend. Trust die Bombe. Mach dort noch die B-Waffe. Guck dort zurecht. Verhinder dir irgendwann... hinter dir war deshalb egal oder der hat noch irgendwo gemacht noch einen gegner dahin zu stellen ist nicht zu geil das ist nicht zu geil stell dich lieber nach hinten was tust du das links oder sie dass immer noch das war wirklich stammt und die coi ja was mit der dickei auch nicht deswegen habe ich nichts gemacht deswegen habe ich reagiert ich dachte der steht immer noch dahinter ja was passiert auch mit unserem team voll aufgesplittert ok ist nur noch ein bot mehr drin ist und der ist der beste bei t so auch nett ach so ich muss ihn geflasht vielleicht kann man bestimmt von uns ich habe hier gerade gar nichts was hier abgeht weil wir teilen uns einfach so krass auf war das ein lucky shot ne das war ein konta headshot ja wahrscheinlich in der reaktion war ich gekonnt aber inferno das war ein krasser ding ich hasse es wenn ich nur auf einem ohr herr der hat schon gemacht sich die kusse der liebe herr lukas hat mir geschrieben dass du noch fuß stinkst haul egal egal spinn ja ich hoffe ich der hat hit von mir bekommen hat er nicht gemacht vorhin hat er gemacht ne lol fuck vom b keine ahne wo die sind paul gut das eine bot einfach blind links auf uns zu spawnen rennen keine ahnung wo die sind gar ah mann 83 macht es der kommt jetzt der kommt jetzt in mitte der war bei b und kommt jetzt in mitte der war bei b und kommt jetzt in mitte rein da das war der hat er doch 17 hp ich war schon angeschreckt sonst hätte ich den gemacht oh mann 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 der hat schmerz der hat schmerz ja das guck ich gebe dir einfach mal scheiß zwei mauker ist das alter das ist doos jungen hm der war nicht doos hab ich das jungen ich hab doch zu dem anderen gesagt der hat doch den gemacht schon bei doos Du hast gesagt, der ist DORS, der ist DORS, ich hab die ganze Zeit auf DORS gezielt. Ja, und dann ist er noch so rausgekommen und wurde gemacht gleich. Ich hab gedacht, der ist immer noch in DORS drin, ich hab die ganze Zeit drauf gezielt, Junge. Boah. Na ja, der hat schon gemacht von daheim. Ja, trotzdem, voll knapp. Würde ich boosten? Ja. Nein, bitte nicht, sonst wäre das echt volles Bitterrandes-Game. Die gebt nicht auf, kommt schon, Jungs. So schnell wie ihr schießt. LOL, unter uns. Was passiert, was? Wie können die das so leicht durchpushen? Wie zu rushen die uns? Keiner main war. Aber mach ihn, mach ihn. Ja, keiner main, ich weiß nicht, was hier passiert. So ein kack Team auch. Mach mal das, wollt ihr wen carry'n, gell? Wollte ich jetzt nur noch mal was anderes. Paul, ist ja nicht so, dass du hier die Kills absnackst oder so, gell? Also hat man der Maul. Ja, wer sagt, dass hier die Kills absnackt, anscheinend mach ich die jetzt einfach nur. Oh, das grad eben, Paul, ich hab's auf der Aufnahme. Ja, die zwei Kills, die waren einfach von mir taktisch klug gewartet, weißt? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, wie die die ganze Zeit hier durchkommen. Ja, ich hab eh abgesichert. Wenn ein komplettes Team so scheiße ist. Ja, gut, boosten ist ja nicht so. Vorbeiläufs. Komm, vielleicht mal jemand mit aufs Ding. Der Tid, ja und der Sturz. Ich hab Main. Ja, ich steh beim K. Ja, einer muss in die Mitte. Du machst in die Mitte, warte. Nee, ich hab K. Nicht zu dritt. Ja, nee, der ist doch bei K, du Mann, boah. Ich bin bei K. Einem Main, Main wird bei Main gemacht. Oh, Mann, ich denke, weil du bist Lila. Ja, Lila hat mit dir gelegt. Oh, eins war knapp. Junge Paul, du willst dich doch verarschen. Das letzte Mal, dass du was anderes wie Lila warst, das war für 500 Millionen, die auch. Ja, ich weiß ja auch nicht, wenn der halt, der vor mir connected und halt Dealer auswählt, dann ist er halt Lila. Ja, kann ich da mal nichts machen. Das bin ich halt grün. Ich find's ja auch nicht so geil. Sollen wir mal irgendwie weggehen? Nee, das passt doch alles. Ich booste mich. Ich booste dich, ja. So lange es geht. Ich glaube, ich chill einfach im Main, weil die ja eh wieder pushen. Ich drück mich wieder ganz vor. Jawohl, nice. Er hat mich einfach mit der Flash angeguckt. Mit der Flash in der Hand. Geil. Da brauche ich was auch, denn das sind wieder von hinten. Okay, dann bin ich schon. Ja, kann ich nicht. Ich bin auch. Ich komme jetzt von hinten. Ich weiß, ich komme jetzt auch rein. Ja, ich blende. Ich gucke. Ah, wieder. So, dann mache ich bitte. Oh, Mitte ist einer. War einer. LOL, wie der da hängt. Junge, Matos, geh mal hin. Schau dir das an. Sieht saugeil aus. Hä? Der tippt da hinne. Die Reiche. Der liegt da so, da, ja. Der wird wieder stehen noch. Ähm. Ja. Ja, dann hat er angefragt. Durch sich selber. Durch Teammates. Oh Mann. Ja, durch Teammates. Was haben wir für Gegner, ist das für jedes von den Upbring-Games oder was? Für die ist das ja ein Upbring-Game, Alter. Die sind halt echt mega bad. Come on, come on, let's go. Das ist so scheiße drauf. Aber ich lass, ich schmeiß. Was, wenn ich die sogar so zerleg? Wie einer? Das hat halt die Bombe hier. So ein Wigzer. Das ist so ein Spast. Geht's, man. Geht's, man. Ach so, da geht gar ein Tuch. Ich schau auf. Oh! Ist das noch der Pot? Hey, was ist das? What's going on here? I don't know. Alter. Wie spielen die? Will you win this match, you see? Und da, und wir haben immer noch einen der negative Fisch, Alter. Was? Oh Mann. Das ist echt krass. Jetzt könnte es gut sein, dass es aufgeht. Ja, jetzt könnte es gut sein, dass es gut ist. Gut. Sie haben aufgegeben. Beste Spiel. Kann ich schon abranken? GG. Ja, nur was? Ja. Gut. Das war halt jetzt ein richtig schnelles Noob-Games. Tut es leid, dass die aufgegeben haben, aber was soll man machen? Bis zum nächsten Mal. Ja. Wie war es dann wahrscheinlich für jemanden? Für uns kein Upbring-Game? Nee. Ja, aber für den Kasper, oder Just, oder Wester. Also, das war jetzt ein easy win. Bis zum nächsten Mal.